Musik 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 Passend zur Weihnachtszeit öffnen wir heute das nächste Türchen im Hefferter Gartenshop auf der Küngelstraße. Hallo! Sie sehen so aus, als würden Sie noch Weihnachtsgeschenke suchen. Ist das richtig? Ja, ganz bestimmt. Hätten Sie vielleicht Lust, eins zu gewinnen? Da sage ich nicht nein zu. Das ist ja super. Dafür müssten Sie mir bitte ein Weihnachtslied singen. Oh je. Oder möchten Sie lieber ein Gedicht aufsagen? Da sage ich lieber ein Gedicht auf. Da dein Gedicht, bitteschön. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Sehr schön, da haben Sie sich zwar ein sehr einfaches ausgesucht, aber... Ich habe mich trotzdem zufrieden damit. Dankeschön. Kommen Sie dann mit. Verraten Sie mir einmal Ihren Namen. Mein Name ist Jürgen Weber. Und wo kommen Sie her? Aus Münchenerbach. Das ist schön. Dankeschön. Auch bitte direkt auspacken. Okay, das ist aber das Schönste. Nicht so zaghaft. So machen das die Männer. Ja, genau. Sie sind Brusten-Fan? Ja. Dann haben wir es ja richtig getroffen. Dankeschön. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Musik 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 Musik